Nummer 4. Dieses Entfeuchtermodell verfügt über einige interessante Funktionen, wie zum Beispiel Miltef Guard zur Vermeidung von Schimmelbildung oder intelligente Wäschetrocknung. Ideal für Räume bis zu 26 Quadratmetern, mit einer Entfeuchtungsleistung von 12 Litern pro Tag. Es wiegt 11,7 Kilogramm und hat die Abmessungen von ca. 57 x 38 x 18 Zentimetern. Der Tank ist am Boden, hat einen transparenten Teil, von dem aus man den Füllstand des gesammelten Wassers sehen kann. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Dieser Luftentfeuchter Mitsubishi, zeichnet sich durch das Vorhandensein von seitlichen Lufteinlässen aus und hat eine gute Absorptionskapazität. Sie können mit ihm Räume bis 33 Quadratmeter entfeuchten und arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen leise, so dass er sich besonders für Keller oder Kneipen eignet. Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 3,8 Litern, aber bei Bedarf können Sie ihn über einen kleinen Schlauch direkt an einen Abfluss anschließen. Er verfügt über einen Timer und eine intelligente Wäschetrocknungsfunktion. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 2. Dieses Modell der Thermalreihe ist kompakt und mit einem essentiellen Design ausgestattet. Es schafft den richtigen Grad an Luftfeuchtigkeit im Raum, je nach Bedarf, für kleine, mittlere und große Räume. Dieser Luftentfeuchter ist mit einem Kondensatsammelbehälter mit transparentem Fenster ausgestattet. Die Sicherheit ist dank der Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld, die anzeigt, wann der Tank voll ist und sich automatisch abschaltet, unter Kontrolle. Die Bedienoberfläche ist einfach und intuitiv. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1. Das ist ein großartiger Luftentfeuchter, platzsparend transportierbar und hocheffektiv. Er ist leise und sehr einfach zu benutzen. Die Verarbeitung ist exzellent. Das Gerät wird mit hochwertigen Kunststoffen in bester japanischer Tradition gebaut. Die Funktion, magisches Auge, ist wirklich nützlich und funktioniert sehr gut, indem sie den Luftstrom zu den feuchtesten Bereichen lenkt. Auf jeden Fall seinen Preis wert. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Kaufen Sie das Produkt über den Link in der Beschreibung.